Nach Stephen Kings erfolgreichem Gruselklassiker S und S Kapitel 2 kommt jetzt der brandneue Horrorschocker, vor allem für Kinder. Kein Kind ist mehr sicher. Es gibt kein Entkommen. Nein! Hi, Dorothy. Nicht immer nur Süßkram essen. Ist doch mal eine Möhre. Hier. Ist. Ist. Der pure Horror für Kinder. Ist. 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 Es lauert dir auf, wenn du es am wenigsten erwartest. Dein schlimmster Albtraum wird wahr. Immer futterst du diesen Mist. Ist doch mal was Gescheites. Hier. Ist. Ist. Es gibt keinen Kommen. Es gibt keine Dinkelmuffins. Ohne Zucker. Und ganz gesund. Hier. Ist. Ist doch mal was Gesundes. Der pure Horror für Kinder.